Wie es in jeder Zeit ins Rutschen gekommen ist und hier auch zum Legen, hier ein bisschen der glückliche Umstand. Diesen Bereich, man hat ihn früher auch wie heute gerne wieder genutzt zum Singen. Die großen Steine, das ist das alte Deckengestein und wenn man den Geologen Glauben schenken kann, dann liegt das schon 11.000 bis 15.000 Jahre so in der Spalte, weil der Berg arbeitet nicht mehr. Hier ist es in der Aufrichtung, die rechte Wand, die von der linken abgerissen ist und sich talwärts verschoben hat. Also der Tiergarten ist jetzt rechts von uns aus gesehen. Nichts der große Land. Ich glaube, das geht auch noch hoch. Jetzt ist die Dörre, da muss ich. Und hier in dem oberen Bereich ist man dann auch den nicht zu Unrecht gelangten Bereich der Totenkammer. So, dann geht er eigentlich da hin. Ach ja, der Stück. Ah, der Helm. Das habe ich gar nicht gesehen. Also, er hat sich jetzt verabschiedet und wir gehen jetzt raus hier. Ich weiß nicht, ob es jemand mitgerichtet hat, aber es ist barfuß geeignet. Mehr oder weniger.